Am 26. September ist eine Richtungsentscheidung, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Berlin. Sollte es wirklich so weitergehen wie bisher? Berlin ist eigentlich eine sensationelle Stadt mit allen Möglichkeiten. Aber macht Berlin genug aus seinen Möglichkeiten? Ist es tatsächlich so, dass Berlin die Chancen nutzt, die es hat? Mein Eindruck ist, dass sehr viele Menschen verunsichert sind. Die Idee von Rot-Rot-Grün kann nicht die Zukunftsvision für Berlin sein. Denn am Ergebnis steht immer das gleiche Modell. Höhere Belastungen, höhere Schulden und vor allem weniger Sicherheit öffentlicher Ordnung und Funktionsfähigkeit einer Stadtverwaltung. Wir brauchen einfach einen neuen frischen Wind für Berlin. Klar, es gibt neue Kandidaten auch bei der SPD. Aber ist das wirklich schon die Veränderung der Politik? Ich glaube nicht. Kai Wegner ist jemand, der hat Mut, der hat Mummen, der hat Ideen, der hat Engagement und der weiß, wovon er spricht. Ich schätze ihn wirklich sehr. Er hat auch mich unterstützt vor einigen Monaten in der Auseinandersetzung und Diskussion in Berlin. Und deswegen weiß ich genau, was er kann und wo er steht. Ich kann ihn nur empfehlen. Kai Wegner ist jemand, der Berlin wirklich voranbringen könnte. Ich weiß, ein bisschen schneide ich mir da ins eigene Fleisch, weil der Anspruch ist, ja mal Berlin und München im Wettbewerb zu haben. Politisch, natürlich von der Bundeshauptstadt, liegt Berlin immer vorn. Aber wirtschaftlich, technologisch ist München auch nicht schlecht. Ich glaube, mit Kai Wegner hätten wir einen besseren Sparringspartner für die Zukunft. Für sie auf jeden Fall ist es die beste Wahl, denn er sorgt auch dafür, dass endlich die öffentliche Verwaltung in Berlin funktionieren würde. Denn da gibt es wirklich Nachholbedarf. Deswegen meine klare Empfehlung, nicht Rot-Rot-Grün schon wieder, sondern diesmal bürgerlich wählen. Kai Wegner Kai Wegner Vielen Dank.